So, jetzt geht's wieder weiter mit Chris. Ähm, wir wollen die Sachen abgeben. Und gucken, was jetzt passiert. Die Schildkröte. Die Schildkröte. Vielleicht leuchtet er uns den Weg. In den Schatten hier. Weil wir haben es im letzten Part ja versucht. Aber der Schatten hat uns getötet. Danke, Leber, Schildkröte. Hier ist der Fuß von der Statue. Hier ist er für Böchen. Und so kommen wir zu der Hand. Und zu der Hand, was wollten wir ja. Lächeln wir unsere Stimme wieder. Und so kommen wir ja. Die Farbe gelb wurde es zurückgebracht. Ach so. Und was? Oh, der Vogel wieder. Okay, wir lenken nicht. Jetzt lenken wir. Oder ja. Não, take not. Nein, 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 nein. Okay. Das ist schon cool gemacht. Uuuuuhh, hier ist noch ein kleiner da und der Schmall wird immer enger, immer dunkler Ja, wenn jetzt hier Monster kommt, wir sind hier verloren Wie gesagt, ich werde immer noch mit Strahle angestrahlt Damit werde ich leicht immer geblendet Und keine Ahnung, irgendwie sind alle auch in der Schmalle, das ist dunkel Hier lang, hier lang, hier lang Hier runter? Nee, falsche Richtung Hier lang Aber die Musik ist recht cool, also wirklich richtig verdammt cool. Richtig hilfisch. Oh nein, 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 raus! Oh, unsere Schildkräuter! Unsere Schildkräuter! Hat uns wieder gerettet. Aber das war's nicht. Glaube ich zumindest. Hm. Haben wir auch schon. Haben wir die Schimpfflüssigkeit gekriegt? Äh, die Fähigkeit, nicht die Flüssigkeit. Die Fähigkeit. Hm? Das ist die Frage. Hm. Wenn, wenn wir geblendet wären. Das Spiel ist so geil. Oh, schaff's. So richtig, richtig geil. Das macht wirklich richtig lau, ne? Also wirklich richtig lau, ne? Das Spiel zu spielen, weil... Es ist komplett was anderes. Es ist was ruhiges, es ist was schönes. Grafik... Grafik... Ist es... Insane. ... ... ... ... ... ... ... Mm-hm. Ich glaube das ist wirklich einer meiner Lieblingsspieler. Oder es wird einer meiner Lieblingsspieler. Das ist so schön. Naja wir können ja hier vom Wasserfall hochgehen. Okay, das war dann der Lieblingsspieler. Okay, das war dann der Lieblingsspieler. Awesome. Hallo. Hm. Das sind wir. Aber hier ist ja wieder keine Musik. Nur manchmal. Die Musik ist wirklich voll geil. Ah, hier sind wir wieder beim Tempel. Das heißt also, wir geben unsere Sternchen ab. Mal gucken, ob es die letzten sind. Oder nicht. Ja. Ne, das ist hier unser Tempel. Hm. Jetzt wirst du wieder die Frage nach einem Weg suchen. Ich glaube, die Leiter gab es hier. Ja. 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 Ich glaube, die Leiter gab es hier auch noch nicht. Ist nie unser Tempel. Oh. Lol. Okay, verstehst du dich? Ich verstehe dich. Oh. Hm. Hm. Hier ist noch ein Weltroll. Ein Weltroll. Und suchen unsere... Was machen die denn? Oh. Lol. Ich glaube, wir müssen uns ballen. Ich glaube, wir müssen uns ballen. Ich glaube, wir müssen uns ballen. So. Hm. Hier hoch, hier hoch. Da geht es nicht lang, dann heißt das, wir müssen hier irgendwie hoch mitnehmen. Okay, wir können nur einmal mitnehmen. So, er ist hier lang, ah, okay, okay, okay. Haben wir hier schon? Okay. 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 Jetzt weiß ich, warum. Warum da zwei sind. Einmal eine Ausstacke ist es vorbei. Okay. So. Oops. 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 Okay. 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 Es ist ein Rätsel. 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 Hmm. Oh. Okay, da können wir einen brechen, da brechen wir auch einen, da können wir wieder hoch. Ein bisschen verstehe ich es schon, sind wir hier vorbei? Nee, hätte ich mich auch nicht gewundert. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch, okay, das ist spiegelverkehrt. Wurscht! Oh. Oh. Oh, 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 oh. 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 Okay. Hm, wie macht man das? Oh, oh, oh. Abgeschafft. Nein! 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 Hmm. Hä? Ey, Kontakt habe ich nicht hoch. Ah, die Dinger... Okay, okay, okay. Okay. Verstehe ich. Mitnehmen. Okay. Hm. Marine. Dr. C- Öh! I- 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 I I Okay. so ein eckermann fertig jetzt kommt die andere ecke dieses dass meine spiegeln es manchmal einfach manchmal ist es auch nicht so okay So, er ist hier hoch, fischend. Und hier ist die Seite. Aber wo ist denn jetzt? Naja, ich versuche es da. Andere Seite nicht lieber. Ich habe keinen Plan, ob wir richtig sind. Ihr seht, wenn ich... Das Ding haben, oder? Okay, das ist das Ding. Hier hoch, hier hoch. Warte mal, warte mal, wenn ich jetzt so... Das war wirklich mit ein bisschen mehr Glück als Verstand. Wir haben unsere Stimme. Drücke A. Das ist jetzt nur die Frage. Okay. Wozu haben wir unsere Stimme jetzt? Okay. Gut, so haben wir unsere Stimme jetzt. Okay. Okay. Schau mal, kann man hier vorbei. Ah, die Blumen öffnen sich. Oh, okay. Okay. Um öffnen sich. Hm. Das ist jetzt mal so... Im... 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 Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, wir müssen alles anders machen, wir müssen das hier. LOL, okay, okay, okay. Hmm. 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 Bye-bye. Hmm. Was ist das? 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 Dann vorbei Dann gehen wir zuerst runter Was ist das? 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 Was ist das?